hallo ihr lieben ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet heute melde ich mich mal wieder aus dem studio wir sind heute bei einem webinar in english this time also diesmal auf englisch manchmal begrüße ich euch auch in espanol aber heute in englisch und ich habe gerade etwas ganz tolles gelernt und zwar geht es darum wie man mich dazu bringt dass ich mich auch auf der richtigen schärfe bewege das heißt dass ich nicht aus dem kamerabild laufe und dafür habe ich hier schaut mal schaut mal da das ist ein kleines flauschiges kissen und dann hört man nicht wenn ich dagegen trete was wahrscheinlich passieren wird und damit habe ich meine markierung das ist doch cool oder die menschen kommen auf sachen wunderbar also ich freue mich schon sehr auf unser webinar das ist eine vorbereitung für ein messe training die teilnehmer sitzen heute in kanada in japan und bei uns hier in münchen und das ist eine spannende sache ich bin noch ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr und hinterlasse euch hier schöne grüße bis dann ciao